Prima, heute kommt Fußball. Na los, renn doch, schneller. Schlaf, Kindlein, schlaf. Der Vater hüt die Schaf. Ken, Weihnachten steht vor der Tür. Wir haben noch keinen Christbaum. Ja, Christbaum, Weihnachtsbaum. Äh, einen Christbaum? Alles klar, ich hol einen. Uff, jedes Jahr einen Tannenbaum. Warum? Äh, der ist schwer. Puh. So, jetzt kann ich weiter Fußball schauen. Oh, was für ein schöner Tannenbaum. Und so groß. Prima. Steffi, schau mal. Ui, Mama, und wo ist der Christbaumschmuck? Gute Frage. Ken, bringst du uns die Deko? Äh, ja, ja, ich hol sie schnell. Puh. So, hier ist der Christbaumschmuck. Und jetzt lasst mich weiter Fußball schauen. Danke, Schatz. Steffi, komm, wir schmücken den Baum. Juhu. Ja, super. Ja, super. Los, Tor. Mal sehen, was wir hier haben. Hier landen. Christbaumkugeln. Lass sie uns rausholen. Ui, kunterbunte Kugeln. Und ein Glöckchen. Steffi, du schmückst die unteren Äste und ich die oberen. Sei aber schön vorsichtig. Mama, und wo sollen die Geschenke hin? Die legst du unter den Christbaum. Steffi, ich brauche für ganz oben deine Hilfe. Los, ich nehme dich auf die Schulter. Ich bin soweit. Jetzt hängen die Kugel auf. Hopp. Und noch eine. So, und jetzt die Girlande. Wir haben den Baum aber schön geschmückt. Aber, da fehlt doch noch was. Ja, der Stern für die Spitze. Hier ist er. Schön. So weit oben kommen wir nicht hin. Wir brauchen Papas Hilfe. Hä? Was denn noch? Du musst uns noch mal helfen. Was gibt's diesmal? Du musst mich auf deine Schulter nehmen. Alles klar. Hoch mit dir. Prima. Steffi, jetzt kommst du. Mit dem Stern. Hopp. Steck den Stern an. Der kommt auf die Spitze. Wir haben's geschafft. Hurra. Oh, Tor. Tor. Ah. Jetzt können wir Weihnachten feiern. Auweia. los. Wir brauchen. Oh, Mann. Wir brauchen wirво. Auf rồi. Wir brauchen asleep. Der kommt auf. Wir brauchen toll. Vielen Dank.